It's very obvious that the fans are worried, because his personality changed slowly over the past few years. He has to go through many hardships. The cameraman always followed him. Er sieht so müde aus einfach. It's not easy to always smile in that situation. So fertig. So ein Hate, das hat wirklich keiner verdient. Hi Armies, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Okay, das heutige Video ist leider kein Comeback, sondern es ist ein sehr ernstes Thema. Es geht nämlich um unseren geliebten V. Oder auch bekannt als Taehyung und einigen Armies, einigen Fans ist aufgefallen, dass es ihm in letzter Zeit nicht so gut geht. Deswegen habe ich ein sehr interessantes Video gefunden und zwar ist es von Korea Crush. Ist BTS Taehyung really exhausted these days? Ich habe das vorher schon ein bisschen angeguckt und das ein bisschen analysiert und jetzt werde ich es gemeinsam mit euch anschauen und es gemeinsam mit euch analysieren. Und ja Leute, ich bin auf jeden Fall mega geschockt von dem Video, weil ich weiß nicht, irgendwie war das so ein ganz schleichender Prozess, aber ich will euch jetzt nicht zu viel Spoilern vom Video. Lasst es uns einfach gemeinsam anschauen. Okay guys, let's go! Oh, das Interesse so schön. Also ich muss gestehen, ich bin ja, wer mich länger verfolgt, ihr wisst ja, dass ich erst seit zwei Jahren ein Army bin und deswegen kann ich es nicht genau beurteilen. Aber jetzt den Bildern zufolge, die sind ja aus ganz, ganz früher, da sieht man schon, dass wie wirklich glücklicher aussieht und wie die auch gesagt haben, dass er viel offener war und jetzt, dass er halt zurück, in sich zurückgekehrt ist. Also ich dachte wirklich, er wäre immer... Er ist immer so ein verschlossener Mensch, wie hier jetzt auch gezeigt wird in manchen Ausschnitten. Ich hatte jetzt niemals gedacht, dass er früher wirklich so lebensfroh, sage ich jetzt mal, war, wie ich aus den vorherigen Bildern gerade gesehen habe. Deswegen hat mich das noch mehr so überrascht. Und wenn ich jetzt so die beiden Situationen miteinander vergleiche, ist das halt schon ein krasser Unterschied für mich. Er sieht so müde aus einfach. So fertig. Das sind die schlimmsten. Also ich meine, Girl, du kannst ja Fan sein, aber man muss es nicht gleich übertreiben. Also manche kennen wirklich das Wort Privatsphäre nicht. Dad, he was originally very bright, but he became quieter and even felt depressed. Lacking privacy gives much pain to a person. Fans are guessing that one of the major reasons why Taehyung's personality changed is the obsessive... Also so, genau so kenne ich ihn. Also so ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender und halt im Vergleich zu anderen Membern schon sehr zurückgezogen, würde ich sagen. Also so kenne ich ihn. Fans. Extremely busy schedule must be a cause too. BTS is currently the busiest boy man in the world. Auf jeden Fall, ja. They went through too many changes over a short period of time. During 2018 FASTA, BTS members talked about this issue, frankly. Starting as a nameless group in Korea and becoming a world-famous star gave members much fear. The success was joyful, but at the same time pressuring. Before, there was another time when Taehyung-sim depressed for a while. He was more of a needy than usual, wider and looked angry. So weird. So weird. So weird. Something bad happened to him. Taehyung was well aware of ARMY's reaction. At last, Taehyung revealed during a concert that his grandmother passed away. Many fans are now curious if another bad incident happened to him recently. However, too much worrying can burden Taehyung. We must have changed compared to a few years ago. Favorite food and music changed, and even our thoughts became deeper. Taehyung is just like us. Although the fans may miss Taehyung's bright personality before, we should love Taehyung as he is right now. Many people want to control the idols they love. They only want to see certain images and expect their idols to act in that way. But we must respect our loved ones as they are. I hope Taehyung can live without minding so much about others' attention. Also ich finde es schon echt beunruhigend, die beiden Bilder miteinander zu vergleichen. Ich finde das auch total traurig, weil als ich BTS das erste Mal vor zwei Jahren wirklich mich dafür interessiert habe für die Band, ist mir auch direkt aufgefallen, dass Taehyung ein bisschen zurückhaltender ist als die ganzen anderen. Also ich dachte halt, dass seine Personalität nicht so wirklich ist, also ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner. Er hat ja auch als BTS Carpool war, hat er ja auch gesagt am Shy und da musste ich so lachen, weil es so süß war. Aber ich kannte ihn halt schon immer so. Und wenn ich aber jetzt die anderen Bilder anschaue von ganz, ganz früher war, dann merkt man aber schon einen krassen Unterschied, weil, wie man sieht, war er sein ganzes Leben lang nicht so. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so, dass seine Personalität sich einfach mit der Zeit geändert hat und einfach nichts Schlimmes dahinter ist. Aber man muss natürlich auch die andere Seite sehen, ne. Vielleicht steckt da wirklich was hinter, wovor wir Amis so gar keine Ahnung haben. Wir können leider nur spekulieren. Aber ich habe vor ein paar Monaten mir ein Video angeguckt, was auch sehr beunruhigend ist über ihn. Und zwar geht es darum, wie er von manchen Fans bzw. Anti-Fans oder Zeitschriftmedien ein bisschen heruntergemacht wurde, aufgrund von, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, schlechten Vorbild. Ihr wisst ja, in Korea sind K-Pop-Adels einfach Vorbilder und vor allem für die ganze junge Generation. Das heißt, die dürfen sich keinen einzigen Fehler erlauben. Deswegen zeige ich euch jetzt auch ein anderes Video, wozu wir auch gemeinsam reagieren werden. Und zwar heißt das Video, Why is BTS Taehyung getting blamed in Korea? Also ich glaube, es könnte was wirklich damit zu tun haben. Aber es sind wirklich nur Spekulationen. Deswegen lasst uns das einfach zusammen anschauen. Und danach könnt ihr mir auch gerne unter die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. So, das wurde im Januar veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, warum ich damals schon nicht mit euch zusammen reagiert habe, aber it's okay. Okay, ich würde sagen, starten. Hey guys, it's Karis from Korea Crush. Today, we are going to take a look at something that has been widely talked about in Korea. Taehyung's vaping rumors have caught the attention of many haters. Is this true? And even if it was, why would that be a problem? Let's have a look. It all started last Christmas, when Jimin uploaded a video for his fans of himself and the other BTS members. He recorded each member before they were about to perform on stage. The camera panned to each member, captioned with, Thank you for always supporting BTS and I hope ARMY will always be happy. Meine Süßen. Fans were touched by Jimin's surprise present to his fans, but this video was deleted, not long after being uploaded. What happened? It was because of the attack from BTS's anti-fans. It was specifically this moment, we are... Here, seht ihr das hier? Also, angeblich soll es diese E-Zigarette sein. Ich habe... Ich kenne mich so gar nicht damit aus. Ähm, aber ich finde, das sieht auch aus wie ein USB-Stick. Also, es könnte auch ein USB-Stick sein. Also, wirklich... Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was es genau ist, weil ich mich vielleicht auch nicht in dem Bereich auskenne. Aber viele Anti-Fans meinten halt, oder auch viele Fans meinten halt, es wäre diese E-Zigarette. Vor allem, ich will gar nicht wissen, was für ein Hate er bekommen hat, nur wegen diesem Video hier, dass die das einfach direkt runternehmen mussten. Also, der tut mir echt leid. Das sieht ja richtig aus, wistig. Hä, war das so aus, wistig? Ich kann nicht. Oh nein. Daeyoung. 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 Okay, also, ich muss dazu kurz sagen, ich kann wirklich beide Seiten verstehen. Ich weiß, ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt bei dem einen oder anderen, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung dazu äußere. Ich finde schon, er hat eine sehr große Verantwortung gegenüber seiner jungen Zielgruppe. Viele davon sind sehr, sehr jung und die schauen zu ihm auf. Ich meine, ist ja wirklich seine Sache. Aber Leute, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel ein amerikanischer Star rauchen würde, oder so wie Justin Bieber oder so, das wird auch keinen jucken. Aber so bei K-Pop-Idole, die können sich einfach keine Fehler erlauben. Man sieht ja, was dann passiert. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Taeyoung tut mir da wirklich sehr, sehr leid, weil vielleicht war das gar keine E-Zigarette oder vielleicht raucht der auch. Mein Gott, dann ist es halt so. Was willst du mal? Er ist erwachsen. So ein Hate hat wirklich keiner verdient. Jin did not consider what objects were around as it was only supposed to be a harmless, personal update to his account. Many key netizens criticized him for his carelessness. But studying every object in anyone's personal photos to create drama isn't healthy. I think some stars need to acknowledge their influence over the younger generation and be mindful of what they share. However, the society we live in should also change and understand that these people are adults and human. I hope cancel culture disappears and celebrities are not hated for mistakes that did not hurt anyone else. Es ist schon einige Zeit vergangen, wo ich mir dieses Video angeguckt habe. Ich glaube, ich habe es vor ein, zwei Monaten geschaut und deswegen kommt jetzt wieder so ein Backflash. So, die Intention, weshalb ich aber euch dieses Video gezeigt habe, ist vielleicht aufgrund der negativen Schlagzeilen oder des sozialen Drucks in der letzten Zeit, ist Thea so geworden, wie er jetzt eigentlich ist. Ganz ehrlich, ich glaube, unsere Boys brauchen eine Pause. Ich denke, dieses Coronavirus, was uns gerade mega fertig macht, ist vielleicht auch gut so für die. Dann können die sich mal endlich eine Auszeit gönnen, vielleicht bei der Familie und Freunden, obwohl Familie und Freunde, also man darf ja nicht Familie und Freunde besuchen gehen. Okay, aber die haben wenigstens ein bisschen Pause von den ganzen Fan-Meetings, Auftritten und dies, das und Videodrehs, so das alles. Versteht ihr? Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es ihnen bald wieder besser geht. Und ja, Leute, das war es schon mit meinem Video. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unter die Kommentare schreiben. Wir können gerne alle zusammen diskutieren, weil alles, was ich gesagt habe, ist ja nur meine persönliche Meinung. Und ja, Leute, das war es. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und folgt mir gerne auf YouTube, macht die Glocke an, nicht zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, Armys. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.